Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der neuen Handelswoche und damit zu einer neuen Ausgabe unseres Themas der Woche. Auch nach diesem Wochenende wird die politische Unsicherheit über den Kurs in Europa weiter anhalten. Aber die ganz großen Überraschungen, die sind bei der Europawahl ausgeblieben. Volker Meinl, Derivate-Experte bei der BNP Paribas. Reagieren deshalb die Börsen so gelassen zum Wochenstart? Ja, das kann man wohl sagen. Und Sie sagen es ja, die großen Überraschungen sind ausgeblieben. Und wenn man sich die europäischen Börsen einzeln anschaut, allen voran der Deutsche Aktienindex, dann sieht man doch eine gewisse Gelassenheit. Der DAX ist im Plus und grüne Vorzeichen auch überall in allen anderen Ländern, auch in Frankreich beim Cap Caron. Und sodass die Reaktionen, zumindest der Börsen auf das, was hier bei der Europawahl passiert ist, recht bescheiden sind. Das ist keine Euphorie da. Allerdings ist es auch nicht negativ. Und auch der Euro, ganz wichtig zu sehen, hält sich stabil. Ist sogar heute Morgen leicht im Plus gewesen, sodass man derzeit recht gelassen auf die Wahl reagiert und sich dann eher den Fundamentaldaten widmen werden, die heute schon gekommen sind und auch weiterkommen werden. Es gibt Bewegungen in der Autobranche und möglicherweise entsteht bald ein ganz großer Player, der Toyota und Volkswagen mächtig Konkurrenz macht. Ja, absolut. Das ist eben einer dieser Fundamentaldaten mit Fiat, Chrysler und Renault, einer bevorstehenden Fusion dieser beiden ohnehin schon Autogiganten, die dann zu einem Riesengigant führen wird, der dann am Ende über 15 Millionen Autos verkaufen könnte und damit klar die Nummer 1 ist. Renault ist heute schon verwandelt mit Nissan und Mitsubishi, sehr eng verbunden. Und in diesem Stundentag der Verwaltungsrat von Renault und wird darüber sicherlich ganz im Laufe des Tages noch eine Pressemitteilung verschicken. Die Aktien, sowohl Fiat, Chrysler als auch Renault, haben heute Morgen sehr, sehr positiv reagiert. Beide mit zweistellig Prozentzahlen im Plus. Bei Renault muss man natürlich auch dazu sagen, wenn Sie sich anschauen, im März letzten Jahres war die Aktie fast noch doppelt so viel wert und ist ziemlich stark zurückgegangen. Aber der heutige Kurssprung, der kann vielleicht ein Anfang von besseren Zeiten für den Renault-Aktienkurs sein. Die Benzinpreise klettern derzeit mächtig und die Nervosität am Ölmarkt ist anscheinend einer der Gründe dafür. Was tut sich aktuell? Ja, wir haben erstmal eine eingeschränkte Lieferung von der Produktion von Seiten der OPEC-Staaten und auch von Russland. Das ist die eine Seite. Dann haben wir natürlich die Probleme in Venezuela und im Nahen Osten. Das heißt, wir haben eine relativ labile Verfassung beim Ölpreis. Das sehen wir schon seit geraumer Zeit. Und wenn wir sehen, vor einem Jahr stand der Ölpreis ja noch ungefähr 10 Dollar tiefer. Also wir sind heute 10 Dollar tiefer als vor einem Jahr. Von daher ist es ja noch bescheiden. Wir haben den Ölpreis beim Brand Öl, eine Prognose der BNP Paribas von 75 Dollar. Durchschnittspreis für Ende des Jahres. Dabei bleiben wir. Und wir werden weiterhin das beobachten, was von der fundamentalen Seite kommt. Allerdings eine richtig stabile Entwicklung beim Ölpreis sehen wir seit Monaten nicht, so dass es sehr, sehr schwer sein wird, auch weiter die Prognose aufrechtzuerhalten. Die Aktie von Wirecard klettert weiter nach oben. Und das dürfte ja insbesondere Ihre Anleger freuen, die ja in der letzten Zeit eigentlich immer long positioniert waren. Ja, das kann man wohl sagen. Und wir sehen momentan, wenn wir drauf schauen, immer weniger Shorts, also immer weniger Trader, die sich auf die Short-Seite hier bei dieser Aktie positionieren. Und wir sehen sogar auf der Long-Seite, dass viele Anleger von geringerem Hebel auf höherem Hebel, das heißt, sie gehen riskanter in die Aktie mittlerweile rein. Da wäre ich sehr vorsichtig, denn wir wissen natürlich auch historisch immer, was mit der Wirecard mal passieren kann. Also hier tendieren wir eher auf die konservative Variante zu setzen. Momentan haben wir aber deutlich den Tens zu eher aggressiveren Trading-Verhalten bei Wirecard. Welche Themen ernten bei Ihren Anlegern sonst noch Aufmerksamkeit? Ja, wir haben drei Top-Produkte, die eher auf der Verkaufsseite sind. Zum einen ein Turbo-Short. Kein Wunder, der läuft Ende Juni aus. Da sollte man die Laufzeit eben dann beachten und rechtzeitig rausgehen. Hier ein Turbo-Short auf den DAX. Der zweite ist ein Nasdaq, ein Unlimited Long auf der Nasdaq, bei dem Anleger rausgehen. Und das dritte eben auf dem BMW Short. Unlimited zwar, aber auch hier sagen die Investoren Bye-Bye und widmen sich anderen Investitionen. Volker Meinl, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und viele Grüße nach Frankfurt. Danke Ihnen, tschüss. Liebe Zuschauer, soweit der Wochenauftakt hier bei Börse Stuttgart TV und wie immer der Blick auf die wichtigsten Themen zum Wochenstart. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche und bis nächsten Montag.